. . . . . . . . Hallo und herzlich willkommen. Jetzt habe ich gerade. Ja. Buongiorno. Buongiorno. Schön, dass Sie mit dabei sind. Entschuldigung. Hallo auch Alexander. Wir haben für Sie willkommen zurück. Wir sind eben live. Also ganz herzlich willkommen zu Murano Star. So lustig haben wir natürlich noch keine Sendung begonnen, Belinda. Ähm, ist natürlich ... Jetzt hört sie nicht mehr auf. Du ... Ja, das ist ansteckend. Ja. So. Oh Gott. Oh ja. Herrlich. Wir haben Sie präfiert. Oh ja. So. Genau. Und zwar zum Beispiel ... Eine geschenke Empfehlung. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja. Wir schauen den uns. Anhaar. So. Okay. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Wir brauchen zwei Taschentücher. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh Gott. Jetzt. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass den Ongli mal machen. Ja. Ja. Also der Anhänger, den wir heute dabei haben, ist nur heute reduziert für 39,98 statt 50 Euro. Wir haben keine 150 Stück mehr. Sie können jetzt zugreifen und sich dieses wunderschöne Schmuckstück nach Hause holen. Sie sehen, wir haben halt einfach gute Laune auch mitgebracht. Ja. Ist ja auch nicht schlimm, oder? Also von dem her. Schauen Sie, was wir alles mit dabei haben. Wir haben Geschenkempfehlungen, Kennenlernangebot. Das Ganze mit Handarbeit ausgearbeitet von Murano Star. Einer der erfolgreichsten Linien auch hier bei uns im Hause von Alexander Sternen. Und nachdem wir ja jetzt die letzten Chancen mit unterhaben, es gibt heute Abend noch eine Sendung, kann ich Ihnen sagen, es gab schon einige Ausverkäufe. Alles, was jetzt noch zu holen ist, bitte mit dabei sein. So wie auch viele weitere Premieren. Hier zum Beispiel. Alexander. Ja. Eine goldene Nacht. Notte durata. Also das ist einer meiner Lieblinge heute. Das darf ich dir wirklich sagen, weil hier kommt gleich alles tuto completti. Hier ist nämlich die Conte Ria-Kette mit dabei. In Schwarz und Gold. Vierreich gearbeitet. Plus dieses wunderschöne, große Medaillon. Ganz reich dekoriert mit 24-karätigem Blattgold. Ja.